So etwas gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Ich war beim politischen Aschermittwoch, da waren die zwei Kandidaten für das Europaparlament aus Frankfurt. Eine junge Frau, die im Iran groß geworden ist und seit zehn Jahren in Deutschland lebt. Und ein junger Mann, der in Marokko groß geworden ist. Und ich will jetzt von den vielen, vielen wunderschönen Dingen nur einen Gedanken rausgreifen. Die Mona hat gesagt, ihr schätzt nicht, was ihr habt an der Europäischen Union. Schließt doch mal die Augen und stellt euch für einen Moment vor, da wo ich herkomme. Käme man auf dieselbe Idee. In einer Region, wo seit Jahrzehnten erbittert Krieg gegeneinander geführt wird. Da kämen die Staaten auf die Idee zu sagen, wir machen das jetzt anders. Wir treiben jetzt Handeln miteinander, wir setzen uns einmal im Monat zusammen und machen gemeinsam Gesetze. Iran, Irak, Jemen, Saudi-Arabien, Libanon, Israel. Seit es die Europäische Union gibt, hat es keine einzige bewaffnete Auseinandersetzung mehr auf dem Territorium der Europäischen Union gegeben. Lassen Sie uns hin und wieder uns mal bewusst machen, was für ein Wunder diese Europäische Union ist. So etwas gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Und wenn das auf allen fünf Erdteilen entstünde, dann hätten wir einen wunderbaren, friedlichen, gerechten, nachhaltigen Planeten.